Nun ja, ich bin sehr selbstbewusst und das zeige ich gerne auch allen. Was ich an mir mag, ist eine schwierige Frage. Ich mag alles an mir. Wenn ich in den Spiegel schaue, denke ich mir nur so, wow. Wie gesagt, ich bin sehr selbstbewusst. Ich habe halt meinen ganz eigenen Charakter, meine ganz eigene Personality, meine ganz eigene Realität. Deswegen sehe ich die anderen auch für mich als Konkurrenz an. Also ich finde, ich kann hier am besten laufen. Naja, bei den anderen ist der Walk ja noch so ein bisschen steif. Ich finde, mein Körper bewegt sich einfach schöner. Ich habe zwar keine Catwalk-Erfahrung, aber ich höre auf, dass ich ein Naturtalent bin. Ich bin sowas von safe in der nächsten Runde, da könnt ihr sicher sein. Für dich ist es leider ein Nein.